Ging eigentlich recht schnell. Okay, streng geheim, 2. September 1944, also der Krieg endet sich langsam den Ende zu. So, Vorhaben. Erstens, Ziele. A, nach Abschluss einer Operation am Damm nicht fassen lassen und ein Flugfeld in ca. 8 Meilen bei 033875. Aufsuchen, Informationen, zweitens, Feind. A, feste Verteidigung im Operationsbereich, unbekannt, also unbekannt. Der Feind wird sehr wahrscheinlich Straßenlokalen errichten und motorisierte Patrouillen entsinnen, um die Flucht zu fernen. B, Alarmbereitschaft, jeder Angriff auf die Edertalsperre wird das Anrücken auf Truppen aus den benachbarten Städten und Garnisonen nach sich ziehen. Sowohl das Militär als auch die Zivilbevölkerung werden in hoher Alarmbereitschaft sein. Der von uns gestohlenen Laster hat eine große Lieferung, Panzerfaust 60 geladen, eine Kurzstreckenpanzerabwehrwaffe mit nur einem Schuss. Sind gegen Verfolger sehr nützlich, also kein schlechter Fund. Methode, drittens, Zusammenfassung A, Rückgriff. Rückgriff auf feindliche Waffen und Ausrüstung, falls die eigene zerstört wird. B, Brücken zerstören und provisorische Hindernisse erstellen, um das Vorrücken des Eines zu verzögern. Sargent Wattes hat noch ein paar Ladungen für seine Aufgabe in Rousiel. Wo ist er denn? Da haben wir die Panzerfaust. Na ja, ich denke mal, wenn, ich muss immer den Ton bei mir ein bisschen leiser stellen. Ich denke mal, wenn da ein bisschen Auto-Aim oder sowas drin ist, passt das eigentlich schon. Warum gibt er mir das eigentlich immer an? Ich verstehe es nicht. Okay, das war Fail. Ich glaube, den werden wir mal kaputt schießen. Ja ja, schon okay, alles gut. Ja ja, geht doch her da. Okay. Ich denke mal, es wird aber einfach sein, wenn ich die wirklich einfach nur absnipen darf. Weil die stehen ja halt recht offen. Und ich kann mich trotzdem noch hinducken. Problem ist halt bloß mit dem Nachladen, weil das hat halt so extrem lange gedauert. Normalerweise hat mit K98k ein Magazin-Clip, aber das können sie halt hier nicht ordentlich reinhauen. Weil das kann man da halt nicht rein machen. Weil das Zielfernrohr ja oben drauf ist, beziehungsweise so niedrig angebracht ist. Okay. Da haben wir noch ein paar andere Leute. Gut, die können wir auch noch mal töten. Ich stehe da gerade so gut. Können noch mal mit der Brennung rüberknallen. Ejo, das Panzerfaust. Ich glaube, das mit einem LKW, da ist ein leichtes Auto-Aim mit drin. Ja ja. Komm, die Panzerfaust, ja. Schuss. Ich treffe eigentlich ganz gut. Wie gesagt, kann natürlich auch ein bisschen gescriptet sein, dass man denn... Halt die Fahrzeuge trifft. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil manchmal bin ich gar nicht drauf und die Panzerfaust, die Rakete trifft trotzdem. Dann machen wir mal so. Wir machen das mal lieber mit der Brenn. Die Möffitz da kaputt machen. Geht ein bisschen einfacher, als wenn wir da jetzt wirklich die Panzerfaust zu nehmen. Weil das behalte ich mir lieber für den... Äh, ja, für die LKWs oder sowas, oder auch. Was halt ein bisschen nervig ist, ist halt das Nachladen, das hat halt so extrem lange gedauert. Oh, hi. Zu spät. Ich sage, ihr kriegt. Ja, damit... Okay, da hat die Rakete gerade in extremen Bogen geschossen. Äh... Na, schade, kein getroffen. Aber egal. Hey, damit... Oh, den habe ich definitiv getroffen. Hey, damit... Der Typ da oben will gleich nochmal Powerfresse. Mit der Rakete. Na scheiße, ich muss halt wirklich erst so lange warten, bis er auch neben mir ist. Und... Schuss! Na scheiße, nicht getroffen. Komm, lad nach. So, jetzt wird eigentlich nochmal, hoffe ich mal, nochmal einfach. So, ganz schnell nachladen. So, wir nehmen mal die Vorrats... Also die Medikids mal mit. Wir laden nochmal ganz schnell nach. So. Das war es auf jeden Fall an sich. Ich hoffe mal... Ich werde mal quicksafen. Das geht ja hier. Das habe ich schon hier fast vergessen. Ich weiß nämlich nicht, wie human die jetzt gesetzt sind. So. Oh, hi. Also wie... Wie die Speierpunkte von dem Spiel gesetzt sind. Daher... Quicksafe ich lieber normal. Wie gesagt. Alles blind. Keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Aber jetzt ganz schön eine lange Autofahrt. Okay. Ah, super. Ich versuche gerade mal mit der Pistol hier noch ein bisschen zu schießen. Weil nachladen, naja. Ich weiß, ich weiß es nicht, weil er vorhat, ehrlich gesagt. Okay. Aber wo will er hin? Das ist meine Frage. Okay, nächstes Level. Okay, jetzt wieder was komplett Neues. 2. September, 1944. Vorhaben. Erstens Ziele. A. Nach der Ankunft beim Flugfeld. Flugzeuge erlang. Achso. Achso. Wir sind ja noch auf der Flucht. Wir sollen ja mit einem Flugzeug abziehen. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich, wo wir drin sind. Alles klar. Okay. Nach der Ankunft beim Flugfeld Flugzeuge erlang und über geplanten Fluchtweg entkommen. Die Verfolgung widerstand durch das Zerstören anderer nicht benötigte Flugzeuge zerschlagen. Information. Unsere Lebensbomben haben wir beim Damm schon verloren. Daher werden wir vor Ort eine hochkalibrige Automatikwaffe finden müssen, die die Arbeit erledigt. Okay. Information. Zweitens Feind. A. Feste Verteidigung im Operationsbereich. Eine kleine regionale Garnison aus ein paar Hilfstruppen ist der Basis immer für ein Jahr lang zugeteilt. Bei den Luftabwehrstellungen dürften 20 bis 88 Millimeter Geschütze anzutreffen sein. B. Aller Alarmbereitschaft. Die Dammgarnison wird bereits eine allgemeine Warnung weitergegeben haben. Als Folge dessen wird das Flugfeld stärker als sonst bewacht sein. Methode. Dritten Zusammenfassung. Verteilen Sie sich beim Flugfeld Sergeant Waters Captain Price. Die flugerprobten Männer bringen die Maschine in Startposition. Achso, Sergeant Water und Captain Price. Okay. B. Die restlichen Mitglieder des Trupps sollen das gestohlene Flugzeug so lange beschützen und dabei möglichst viele andere feindliche Flugzeuge auf dem Rollfeld zerstören. Okay. Ja genau, der wird erstmal übergekarrt. Ich werde mal versuchen mit ein bisschen Präzision da mal reinzudrücken. Okay. Haut doch nicht ganz so hin. Das dauert auch immer so lange, bis der nachgeladen hat. Vor allem der hat doch kugelsichere, eine kugelsichere Frontscheibe oder was? Okay. Okay, wir werden einfach nur von normalen Truppleern noch will. Uh, da nimmt es das mit. Ja, damit. Ich soll bestimmt an der Flagg da ran, garantiert. Oh, hi. Ja, 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 ja. Ja, damit. Ich darf leider nicht so früh schießen. beziehungsweise ich darf halt schon schießen aber dauert halt noch bis die da irgendwie ordentlich realisiert wo ich jetzt hinschießen möchte ja ja der truck der kann niemals schade ich hab's nicht getroffen naja gar nicht mal so einfach alles klar ich muss also praktisch nur auf dem flugfeld konzentrieren und die ganzen mäßig runter holen da kommt was mir los okay da ja gut kann ich eigentlich schon vergessen den töten hier wieder ran so kurz mal ist schon kacke das ding zu treffen ja ja ich hoffe dass ich jetzt schnell genug schwenken kann ja perfekt dann brauche ich eigentlich nur immer so hinhalten und da müssten die eigentlich theoretisch bei mir rein fliegen den dann noch weg echt schwer zu zielen muss ich sagen so wir werden mal ganz schnell quicksave ich werde hier war versuchen noch die leute hier vorne abzumessen was irgendwie nicht wirklich geht ja ja so nummer eins da komm nummer zwei da dauert auch lange bis er sich gedreht hat mit der flag oh scheiße das wird knapp okay wieder mal ein quicksave super also ehrlich gesagt das möchte ich ungern auf veteranen spielen wollen beziehungsweise so seltene und da haben wir auch nochmal paar stu kast ei 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 1 kaum stirbt die kaputt 2 3 45 scheiße und ich bin tot ich hoffe mal alter so okay wir sollen ja wieder auf die stuttgart schießen und da sind sie ich hoffe man dass auch mein self point geladen hat also was ich ihm dazu geteilt habe ist der richtige punkt denn du du und jetzt noch du r5 raus runter und drauf schießen na ja da haben wir noch mal warum treffe ich die nicht okay ich wollte sagen warum er nicht losfährt ist eigentlich eigenartig warum das stückchen hätten wir nicht laufen können okay alles klar alles war frei und wir und die laufen halt nicht hin okay alles klar gut dann nehmen wir einfach so du kennst okay strengheit 22 oktober 1944 an dritte truppe zweites ss preis ich fast direkt man preis und ich gehen an bord wenn uns wenn man uns schnappt hilft uns auch die gent für kondition nicht man würde uns als spione exekutieren vorhaben erstens ziele das schlachtschiff tierpitz weiter zu schwächen damit die rf bombangriffe fliegen kann sprengung an den kesseln und radarsystem des schiffs wie patrouillen lockt bücher und befehls dokumente finden die die flotten bewegung der kriegsmarine aufzeigen sind auf oder nähe der brücke informations zweitens feind feste verteidigung 1 2 3 im operationsbereich ich kann heute überhaupt nicht lesen ohne scheiß der norwegische widerstand berichtet dass schiffe vor tromso repariert werden nur eine kleine besatzung ist vor ort da und die meisten besatzungsmitglieder den landurlaub in hakoya und tromso tromso genießen b alarmbereitschaft der feind konzentriert sich auf luftabwehr verteidigung da sie an bord eines schwer bewaffneten und exekortierten schiffs sind geht niemand davon aus dass jemand an bord kommt methode a dritten zusammenfassung a der norwegische widerstand berichtet dass ein kleines wasserfahrzeug neue offiziere um 1900 aus der tromso region zur tierpitz bringen soll fangen sie sie ab schalten alle männer aus und nehmen deren plätze ein mit den entsprechenden dokumenten sollten sie keine probleme damit bekommen ok hätte ich kann heute mal nun echt null lesen alles klar captain price und sergeant waters